jahoo hallo ich bin's die elke ja ihr seht jetzt hier so meinen kopf in so einem rahmen bzw ich möchte euch gern heute mal ein video zeigen das wollte ich eigentlich schon ganz lange machen ich wollte das eigentlich schon in deutschland machen und immer irgendwie habe ich dann vergessen und jetzt habe ich mir wieder genau diese stange begegnet hier hinten und zwar die gibt es auch beim bikassa yoga und ich möchte euch zeigen was man mit dieser stange an ganz einfache übung machen kann also es geht hier nicht um pull up und klimzüge kann man natürlich auch machen man kann natürlich auch pullover machen ja aber ich möchte euch jetzt einfach mal eine übung vorstellen ja die wirklich jeder machen kann und die wo vom gesundheitsaspekt sehr sehr gut ist und zwar es geht einfach nur darum auszuhängen ja und zwar das geheimnis vom aushängen ist ganz einfach ihr sucht euch so eine stange ihr hängt euch einfach hin ich zeige euch das jetzt auch gleich ja ich hoffe dass meine kamera hier gut stehen bleibt weil hier ist es ein bisschen wackelig aber bis jetzt geht es noch und dann geht es eben wirklich darum je nachdem wie ihr die griffe haltet also ihr könnt den kopf anheben und ihr könnt auf den kopf so ein bisschen senken ja und ihr spürt dann schon wenn ihr wirklich hängt und darum geht es eben also wirklich aushängen nichts anspannen ja also den bauch nicht anspannen gar nichts anspannen ja was dadurch passiert und zwar der ganze körper wird richtig schön auseinander gezogen ja und am anfang wenn man das macht also ich mache das jetzt ungefähr seit ich würde mal sagen angefangen habe ich glaube vor sechs jahren damals im fitnessstudio und ich mache die übung mittlerweile jeden tag und ich kann mich noch gut daran erinnern wo ich angefangen habe ja obwohl ich viel yoga machen so war diese übung am anfang sehr sehr schmerzvoll für mich ja weil man das gar nicht gewöhnt ist wenn der ganze körper wirklich so auseinander gezogen wird ja weil die schwerkraft die gravity die zieht dich ja nach unten ja und du versuchst ja nicht dagegen zu halten sondern du lässt einfach los und schöne dabei ist wirklich für die also für wirklich für die faszien für die knochen für die bänder für die sehnen ja ist es wirklich eine wohltat ja und deshalb würde ich dich dazu einfach ermuntern du kannst es einfach überall machen wo du so eine stange findest und man findet so die stange wirklich überall ja also auf jedem kinderspielplatz ansonsten jedem fitnessstudio probiert es einfach mal aus ist eine ganz ganz banale einfache übung mit einer sehr hohen sehr großen wirkung vor allem bei rückenschmerzen aber auch bei schmerzen bei gelenkschmerzen bei chronischen schmerzen bei verspannungen bei schlechter körperhaltung also wirklich bei allen und du kannst daraus auch eine challenge machen ja wenn du zum beispiel du könntest alle zwei stunden hergehen und dich für alle zwei stunden je nachdem schau einfach mal wie lange du es aushältst ja dass du dich wirklich aushängen kannst am anfang sind es vielleicht maximal zehn sekunden wenn du damit anfängst ja aber mit der zeit kannst du dann die dosis nach oben steigern ja und ich kann mittlerweile ich hängen also ich habe schon auf die uhr geguckt ich schaffe es fast schon fünf minuten dass ich hängen kann ja es hat natürlich dann auch ganz viel griff kraft hängt natürlich auch davon ab ja aber ansonsten probiert die übung aus ich zeig dir jetzt wie sie geht es ist eine top übung kann ich dir wirklich nur empfehlen wenn du nicht hoch springen kannst so wie ich jetzt bei dieser stange dann kannst du dir auch einen stuhl nehmen steigst du hoch hängst dich dann hier hin und dann nimmst du den stuhl beiseite und dann springst du wieder runter okay in diesem sinne hang out ja so heißt diese übung oder hängen ab einfach so ja und probiert die übung aus okay ich zeig sie dir jetzt ich gehe dazu nach hinten die stange ist ein bisschen hoch also ich werde jetzt hier nach oben springen und dann werde ich einfach so lang hängen ich denke dass es gut für mich ist genau so und ich zeige euch jetzt das einfach und zwar ihr lasst euch jetzt hier einfach hängen also den ganzen körper ausbauen ihr könnt jetzt entweder das kinn richtung brustbein ziehen ja dann spürt ihr so eine richtig schöne wohltat richtig schöne dehnung bis in den nacken bis in die schultermuskeln hinunter man spürt auch die bauchmuskeln die füße also im endeffekt die der ganze körper die ganzen faszien auseinander gezogen werden du kannst zum beispiel auch die füße flexen wenn du die füße flex ja dann spürst du weniger zug im unteren rücken hier kannst du auch ein bisschen versuchen dass du dein schambein nach oben ziehst dein steißbein ein bisschen nach unten verlängert du könntest auch den kopf nach oben anheben also probiere dich einfach aus aber versuch auf jeden fall den körper einfach hängen zu lassen atme in diese schmerzenden stellen hinein die du am anfang auf alle fälle verspüren wirst das ist einfach so genau sucht dabei ruhig zu atmen tief zu atmen vollständig zu atmen ok wenn du dann merkst das ist genug für dich ja dann kommst du einfach nach unten so als ihr seht das war diese ganz einfache übung die wirklich jeder machen kann ja es ist eine top übung wirklich glaubt mir das ganz banal ganz einfach und in diesem sinne würde ich mich freuen wenn du sie für dich wirklich in dein tägliches ich sag es noch einmal wirklich in dein täglichen alltag integriert ja denn wie ist es denn es ist oft so bei dingen ja man hört von dingen man ist am anfang total begeistert probiert es dann aus habe irgendwie dann dann schiebt man es wieder so die schublade man vergisst ja und dann kommen wieder die chronische schmerzen da wundert man sich warum denn eines kann ich euch auch versprechen und das spreche auch aus erfahrung ja chronische schmerzen kommen nicht von heute auf morgen chronische schmerzen kommen wenn du jahrelang jahrelang eine falsche körperhaltung hast wenn du dich jahrelang auch sonst irgendwie die irgendwas schlechtes angewöhnt hast ja das dauert dann auch wieder man kann meistens sagen dass es doppelt so lang dauert bis es wieder verschwindet ja und deshalb such mit dieser übung einfach mal die was gutes zu tun und du wirst sehen die übung ist richtig gut in diesem sinne ich freue mich wenn du sie ausprobiert auf dein feedback und in dein alltag integriert bis dahin alles liebe von kosamui tschüss zwartika